Outlast 2 Und ich präsentiere nun endlich mein Let's Play dazu Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß! So hätten wir uns auch zusammenfassen können. Hey Bro, kannst du mir helfen? Du brauchst erstmal selber Hilfe. Ja, verstehe. Wer hat das dem Piloten angetan? Das müssen wir unbedingt aufnehmen. Das gibt die Klicks! Oh mein Gott, das aufbricht! Ja! Das gibt eine Menge Klicks, oder? Deine Ärzte sind auch noch hier! Ernsthaft? Ja! Noch mehr Klicks! Ich hab ein Rascheln gehört. Oh! Oh! Ich bin in den scheiß Kaktus gerannt! Wollen die einen neuen Jesus zeugen, oder was ist der ein Gottverdammtes... ... ... ... Part 1. Ja! Okay! Warte, hört er das? Ich kann doch auch zumachen, oder? Schließen! Schließen! Ja! Jetzt kann er nicht rein! Ich weiß nicht, ob er auch durchs Fenster steigen kann! Oder die Tür aufbrechen! ... ... ... Was war denn? Geh raus! Geh raus! Oh, ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich wollte gerade ein bereits offenes Fenster öffnen! Digga, was? Ne, warte! Oh shit! Er ist hier reingekommen! Okay! Let's go! Wir springen einfach drüber! Wir springen drüber! Wir springen drüber! Bevor er mich verpackt! Alter! Ich hab das gar nicht gecheckt! Der ist halt wirklich zu mir reingekommen! Hilfe! Zum Glück bin ich nicht hierher gerannt, sonst wäre ich jetzt tot! Das ist ne Sackgasse gewesen! Hier kommt man auch nicht rüber! Was zur Hölle? Wie geht's denn nirgends weiter? Ach doch! Digga, es gibt einfach so viele Gründe, dieses Video... ...zudem monetarisieren! Ich kann sie gar nicht alle auflisten! Der Generator, let's go guys! Aber jetzt werden sie wahrscheinlich auch merken, dass ich hier bin! Ja, super! Dann komme ich jetzt unbemerkt wieder hier raus! Ah! Ach du Scheiße! Digga! What the fuck! Ich hab mich noch nie so krass in einem Game erschreckt wie gerade eben! Schwänzel, man! Schwänzel, man! Wer hätte gedacht, dass die Schule... ...der Ort ist, an dem ich mich hier am wohlsten fühle! Ahhhh! Wo soll ich mich verstecken? Nein! Und wir haben auch keinen Verband, doch jetzt haben wir einen! Aber ich kann ihn nicht verwenden! Ich kann ihn nicht verwenden! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh! 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 Schnell! Oh! Der Typ ist direkt hinter mir! Warum so? Nein! Damit haben wir den ersten Tod! Yay! Da gab es aber auch gerade wirklich gar keinen Ausweg! Schnell, mach! Was? Jetzt kommt ihr? Ich kann mich hier aber nicht verstecken! Okay, schnell in den Schrank! In den Schrank! Ich hätte vielleicht noch die Tür zu machen sollen, aber ich habe mich jetzt nicht getraut! Aber ich glaube, das Fass war keine so gute Idee! Weil ich weiß jetzt gar nicht, wann ich gehen soll! Aber komm, 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 komm! Sie ist gerade nicht da! Was war das? Ah! Oh! Fuck! Sie war neben mir! Erstmal heilen! Und Tür zu machen, wenn es geht! Kann man die abschließen? Perfekt! Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen! Was soll denn das? Ah! What the fu- Jo! Ich habe meinen Controller fallen lassen! Jetzt ist hier oben dieses Schiebepad im Arsch! Nachts in einem dunklen Wald ist an sich schon super gruselig! Aber das hier! Was zum Teufel war das gerade? Scheiße! Was soll ich denn machen? Ich kann mich ja nicht gegen Pfeile wehren! Oh! Ich glaube, kriechen ist keine gute Idee! Okay, das ging schnell! Also da ist es normalerweise mit einem Verband nicht getan, ne? Aber es ist ein Spiel! Wir haben eine Wunderheilung! Passt schon wie Ethan aus Resident Evil! Alter, das steckt richtig in der Hand drin! Du wirst doch nicht! Das bringt jetzt auch nicht mehr viel! Ethan und Hände! Das ist auch eine Leidensgeschichte für sich! Goosh! Nooo! Fuck! What the hell? Guck mal, wir können sogar schon wieder klettern! Der Arzt würde normalerweise sagen, sie fassen jetzt für vier Wochen oder sogar zwei Monate überhaupt go nix mehr an, ja? Hände benutzen, strengstens verboten! Ja, auch nachts vor dem PC! Ich glaube, ich muss mich beeilen! Bisschen knapp! Hä? W-What the- What the hell?! Hä? Ja, ja, tatsächlich! Der steht da! Der steht da und kommt nicht rein! Lol! Okay, er kommt noch rein! Hahahaha! Ach du Scheiße, Mann! Oh, wie crazy! Nein, 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 nein! Einen Treffer und ich... Lass mal lieber hier hinter dem Felsen heilen! Ja! Waren das jetzt? Ich sehe die Minen ehrlich gesagt nicht, weil das ist doch wieder das Dorf, oder nicht? Wir suchen hier einen Weg runter! Warum hältst du dich nicht an dem Fenster fest?! Ja, also, da kann ich nix für! Okay, dann haben wir sogar Zeit, uns umzuschauen! Nicht Tür aufmachen! Tür zu machen! Mann, warum muss das denn noch auf demselben Knopf sein? Gottverdammt! Ja, er kommt rein! Oh! Oh! Ich geh raus! Er geht rein! So, jetzt haben wir mal Platz für den Verband! Oh Gott! Aua! Wo kam denn der jetzt her?! Was die Tür irgendwas zu bedeuten haben muss! Oh je! Vielleicht bin ich hier doch falsch! Hallo, geh zurück! Was machst du denn?! Oh, der kommt auch! Für Verstecken ist es zu spät! Oh! Oh, ich... Krieg... Oh! Was?! Oh! 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 Jetzt geht's los. Hä, wo soll ich denn hin? Ja, dann sollte ich die Batterie jetzt vielleicht nicht aufs Letzte ausreizen. Wenn gleich eine wilde Situation kommt, dann sollte ich vollen Tank haben. Aber hier kann man sich auch noch mal verstecken. Oh, das ist quasi ein Safe-Room. Aber wo soll ich denn überhaupt hin? Ist das die Tür von vorhin? Und mal wieder Herzinfarkt. Danger. Achso, das ist mir noch gar nicht aufgefallen bisher. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass dieses Spiel komplett krank ist. Ich habe noch nie etwas gespielt, was so dermaßen krank ist. Und das übersteigt auch sämtliche Filme, die ich gesehen habe. Das ist too much. Ich freue mich auf Outlast 3. Year to peer forever!